so und damit begrüße ich euch zum stream am heutigen nametag würde ich sagen ja es ist noch nicht ganz ja ich sag mal nametag passt schon ganz gut wir werden heute in die stadt der technik zurückkehren und ein bisschen mit watchdogs weitermachen wir haben zuletzt den watchdogs uns ein bisschen auf die story fokussiert was wir auch heute wieder tun werden also in anderen worten wir werden heute wieder story machen und da hoffentlich ganz guten fortschritt erzielen können und werden dann entsprechend gucken wie weit wir kommen auf jeden fall letzten stream haben wir den bunker erreicht aus dem wir jetzt dann weitergehend operieren werden nachdem und nachdem wir in unserem hotel hotel oder motel ich weiß es nicht genau angegriffen wurden mussten wir uns auf jeden fall verziehen und sind dann ja ein mythos ja man könnte sagen man das mythos gefolgt und haben dann den bunker gefunden und haben von dort jetzt dann bald hoffentlich zugriff auf fast alles ich weiß dass wir glaube den zugang erst in diesem stream bekommen zum ctus überall offiziell aber das weiß ich nicht so genau ich capture das game sobald das ganze wieder im vollbild modus ist das sollte ja aber an sich erstmal nicht das problem sein dann müssen wir mal eben einmal gucken im moment wo ist denn jetzt sieht dass der anzeige da ist es pop 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 vollbild ja übernehmen bitte möchten sie diese einstellung beibehalten ja ich möchte diese einstellung beibehalten dankeschön 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 dann haben wir jetzt den vollbild modus drin so jetzt muss ich hier nur eben einmal kurz ein bisschen gucken im moment bin sofort bei euch ich meine ja immer was zu trinken es ist soweit ich weiß noch nicht was soweit ist aber es ist soweit ich akzeptiere es einfach alles gut bei dir gib mir sechs wörter gibt es sogar sieben das freut mich zu lesen let's go ich habe keine ahnung wo wir gerade stehen geblieben sind also was jetzt wo bin ich denn jetzt ach ja genau wir konnten im bunker noch nicht pennen ich bin doch eine ich bin doch schnell verwirrt hat die nicht gerade gesagt ich hoffe das konnte man nicht verstehen ich hoffe das konnte man nicht verstehen ach Gott hey was liegt da alles gut bei dir alles klar ich danke dir für dein Lerk ich komme in die erst mal ein Auto obwohl ne halt stopp machen und halt stopp wir machen das diesmal direkt am Anfang kommst du ja ich will hier rein ach mach 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 umziehen hey man ja hi wir haben inzwischen alles gekauft wir können uns was aussuchen ähm jetzt entscheide ich mich wahrscheinlich für irgendetwas was wir schon mal gesehen haben anstatt irgendwas zu nehmen was ich noch nicht hatte ne es ist ja immer so ähm wir nehmen das ich weiß nicht ob ich das schon hatte oder nicht aber das ist denke ich mal aus der Zeit denk drüber nach ja wahrscheinlich hatte ich das schon aber ich hab so wie ich mein Glück kenne ich möchte einen Song machen ich möchte einen Song machen oh Gott Songs sind ich kann die Texte zwar aber ich kann die Titel immer alle nicht was für 6 Wörter möchtest du denn oder ich steh grad einfach nur Imbits auf dem Schlauch und weiß einfach und dieses Lied das müsste ich eigentlich easy wissen dafür haben wir hier Straßen ja jetzt hier ist ein Parkplatz du Eumel ich glaub das war nicht die 6 Wörter die du haben wolltest aber ich glaub das war nicht die 6 Wörter die du haben wolltest aber ich möchte einen ne das sind nur 5 Wörter ok gut achso ich soll welche sagen ja ich sag doch die ganze Zeit Wörter such dir 6 aus was soll ich denn hier jetzt machen oder soll ich dir einfach irgendwelche 6 Wörter sagen ich find das Wort Eumel passt doch ganz gut oder komm mir net rein ich find das was echt irgendwie schlecht ich weiß gar nicht warum 6 Wörter sagen kann doch nicht so schwer sein ich find das was echt irgendwie schlecht ich weiß gar nicht warum 6 Wörter sagen kann doch nicht so schwer sein ich überlege während die reden sie hatten so viel vor mit dem Viertel gebracht hat's nur dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften was ist mit den anderen die spielen mit oder ziehen weg ich werde mich mal umsehen herausfinden was die so machen okay du möchtest aus 6 Wörtern ein zorgen machen aus irgendwelchen Wörtern dann sind die Wörter ich kann sie auch nicht wiederholen weil ich mir wahrscheinlich selber zu wenig dafür zuhöre das erste Wort ist definitiv Schokolade weil Schokolade ist geil dann das zweite Wort ist mach das dritte Wort ist eine Sonnenbrille weil ich die gerade sehe das vierte Wort ist ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh help weil ich Hilfe brauche um noch die letzten Wörter zu finden und jetzt hab ich schon wieder nicht mehr mitgezählt wie viele Wörter ich dir gesagt habe ähhhhhhhhhhhhhhhhhhh tanzen Herz und explodieren das sollten jetzt entweder das waren 6 oder das waren 7 ich weiß es nicht genau aber es sollten genug gewesen sein so jetzt habe ich keine Ahnung was ich hier machen soll ich soll da rein glaube ich ne ist hier irgendwo die Tür Damiens IP zeigt irgendwo hier hin die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut allein komme ich da nie rein ja klar okay ich schleiche mich in ihr Netzwerk und dann können wir einen Blick hineinwerfen hier ist ein Eingang hier kommst du rein klar hier ist ein Eingang hier kommst du rein klar easy going hey 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 man hab JJ gestern mit einer kleinen gesehen man was ist das mit JJ ja du scheiße ich bin ich ja wenn ich kann das sehen das seid ihr ich hab da nicht so richtig geplant wie ich überhaupt bis hier hin gekommen bin um ehrlich zu sein aber ich meine es hat ja geklappt ne ich denke kannst du dann reagieren ja bestimmt kann ich das ich weiß nicht wie jetzt woran merke ich das fliegt da hier Luft nein ok gut woran merke ich dass du fertig bist hat es n ist kon Das Schlimme ist, ich weiß die Wörter halt wirklich nicht mehr. Ich schicke dann einen Link. Okay. Ach, du machst jetzt aus diesen, ich weiß gar nicht, sie wörtern die mir jetzt so spontan irgendwie. Und du machst da so einen Songsong draus. So richtig. Das finde ich cool. Ach ja, mein Gehirn, ey. 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 Das war's für heute. Wie sieht's denn aus? Die Viceroy's haben das CTOS in Rossi-Fremont deaktiviert. Sie haben es von Kürzen gelernt. Und nicht nur das CTOS ist offline. Das ganze Gebiet, diese Leute. Man kommt sich vor wie in einem Kriegsgebiet. Das erklärt, warum Blum nichts repariert. Blum hätte das Geld, sich darum zu kümmern. Das passt nicht. Das hat Sinn, sagt man ja eigentlich. Also nee, alles gut. Dafür reichen die einfach sechs Wörter. Das muss man sechs Wörter auch so machen können. Allerdings bin ich wohl auch somit der unkreativste Typs, die es wahrscheinlich geben kann. Kann der bitte nicht mich sehen? Sobald er die Birne rausstreckt, blase ich die ihm runter. Hey, Jovem! Meld dich, wenn du noch da bist! Oh nein, ich muss von vorne anfangen! Ich mach's wieder genau so. Okay, ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Hey! Hey, Grim! Dreh dann am Ende einmal rum. Ich hab's wieder mit deiner Kleinen gesehen, Mann! Was, Fifth Street, J.J.? Jupp! So ne Scheiße, Mann! Dem Wichser werd ich was erzählen, das sag ich dir! Was, drastically bin ich jetzt noch da? Ich hab's wieder mit deiner Kleinen gesehen, das sag ich da. Und dann kann ich das. Was, habe ich auch da. Was, hat die Kleine gesehen hat? Was, ist das? Ich hoffe, das soll schon mal wieder. Dumer, 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 dumer. Also, was du hier mit der Kleinen gesehen? Du schaust? So, was du mal wieder? propell ich mir, duh. Du Dharmst nicht mehr? Duециst nicht mehr? Und das haben, dass du das mail nicht mehr? Und dann ist das ähnert. Und dann kann ich das noch mal wieder- Untertitelung des ZDF, 2020